Heute erkläre ich euch mal aus meinen Erfahrungen, wie ein Fernstudium funktioniert. Willkommen zurück Abiturläden, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Wie einige von euch ja bereits studiere ich Psychologie und das nicht an einer ganz normalen Universität, also einer echten Universität, wo man einfach hingeht und dann halt eine Vorlesung mit einem echten Professor hat und dann echte Prüfungen schreibt, sondern an einer Fernuni. Was im Prinzip nichts anderes bedeutet, als dass einfach sämtliche Vorlesungen in Videoformat gemacht werden und du im Endeffekt aber trotzdem echte Prüfungen schreibst. Und da möchte ich euch heute einfach mal einen Einblick geben, wie das denn abläuft, weil ich glaube, das ist so eine Möglichkeit, die man nach dem Abi gar nicht so wirklich auf dem Schirm hat, die in meinen Augen aber ehrlich gesagt geiler ist als eine normale Uni, weil wie gesagt, mit meinem 1.4-Schnitt hätte ich auch wahrscheinlich überall anders Psychologie studieren können, aber mich persönlich hat die Fernuni einfach so viel stärker gereizt und warum, möchte ich euch heute erklären, vor allem aber auch euch sagen, wie das Ganze abläuft, damit du auch schauen kannst, ob das vielleicht auch was für dich wäre. Erstens, meine Gründe. Warum persönlich habe ich mir gesagt, ey, ich mache lieber mal ein Fernstudium, als zu einer normalen Uni zu gehen, was ja eigentlich so auch das Üblichere ist. Das hat im Prinzip einen ganz einfachen Grund und zwar habe ich mir immer gedacht, dass es mir wesentlich wichtiger war, meine Sachen zu 100% selbst bestimmen zu können. Jetzt werden viele sagen, hey, das kannst du auch an der normalen Uni auch. Ja, kannst du, aber trotzdem sind die Vorlesungen jetzt zu einem gewissen Zeitpunkt. Manchmal wird das auch aufgezeichnet, aber manchmal halt eben auch nicht. Und an der Fernuni ist einfach alles darauf ausgelegt, dass es online ist, dass du es individuell so bearbeiten kannst, wie du es möchtest. Niemand kontrolliert da irgendwas, ist an der normalen Uni natürlich auch nicht so. Aber es ist wirklich noch stärker so im Sinne von, okay, du hast dich zu diesem Modul angemeldet, hier bekommst du das ganze Paket, wir sehen uns sechs Monate wieder und dann schreibst du deine Prüfung und der Rest ist vollkommen dir überlassen. Und in der normalen Uni ist es ja schon so, dass einfach die Vorlesungen vorgegeben sind, dass da echte Menschen sind. Es hat nicht so dieses, hier, du kriegst gleich alles und dann teilst du dir selbst ein, sondern es ist einfach noch etwas mehr, wenn auch wesentlich weniger als in der Oberstufe, etwas mehr Struktur vorgegeben. Und ja, was auch nichts Negatives ist. Aber ich persönlich hatte einfach mega Bock darauf, vor allem das zu 100% alles selbst gestalten zu können. Also ich meine, ich kann halt theoretisch um 3 Uhr nachts mir die Vorlesungen anhören, wenn ich da auf einmal mega Bock auf Psychologie habe. und auch der Fakt, dass alles online ist. Das finde ich halt Hammer. Also ich habe jetzt schon am Crosstrainer im Fitnessstudio trainiert, äh, studiert. Ich habe schon in den Zügen der Deutschen Bahn studiert. Ich habe schon beim Schlafen gehen studiert. Einfach dadurch, dass du die ganze Zeit die Videos anschauen kannst. Finde ich einfach mega, mega geil. Ich kann, das ist auch eine Sache, was man in den Vorlesungen auch einfach nicht machen kann. Ich kann sie auf doppelte Geschwindigkeit anhören, wenn das Thema sehr leicht verständlich für mich ist. Ich kann zurückskippen und all das kannst du in einem echten Leben nicht. Und das finde ich einfach mega, mega, mega geil. Und, ähm, das waren für mich eigentlich auch meine Hauptgründe. Vor allem auch aus dem Grund, weil für mich die anderen Gründe, die vor allem für eine Präsenz-Uni, also für eine normale physische Universität zählen, für mich keine große Rolle gespielt haben. Also mir war es nicht wichtig, innerhalb der Uni noch neue Menschen kennenzulernen, weil ich mein Umfeld schon hatte und auch wusste, dass ich die Menschen, die ich in Zukunft noch erreichen möchte, jetzt nicht unbedingt an einer normalen Uni antreffe und da sowieso schon Kontakte aufbaue. Deswegen war mir das nicht so wichtig. Und auch dieses klassische Studentenleben im Sinne von Feiern und so weiter passt einfach nicht so in mein Lebenskonzept. Deswegen traue ich da auch nichts nach, weil das ist ja, denke ich, so der, der eine große Nachteil von so einem Fernstudium, dass man sagt, ja, hast du denn überhaupt Kontakt mit den anderen? Ich meine, ich glaube, allein in der Ferne und die Hagen sind 70.000 Studierende, ich glaube, 3.000 bis 5.000 allein in meinem Studiengang und ich habe noch keine einzige Person, glaube ich, davon kennengelernt. Und das ist für mich auch vollkommen in Ordnung, weil ich will mich einfach nur mit dem Stoff auseinandersetzen und da was lernen und alles andere ist mir vollkommen egal und deswegen ist das für mich einfach eine richtig, richtig geile Wahl gewesen und ich kann es auch ehrlich gesagt nur jedem empfehlen. Werde ich auch im fünften Punkt noch sagen, wem ich das Ganze empfehlen würde. Zweitens, der Ablauf. Das ist im Prinzip, denke ich, so eine Sache, wo sich viele denken, okay, shit, wie funktioniert das da überhaupt? Ist im Prinzip ganz simpel. Du kannst dir eigentlich vorstellen wie so einen richtig fett aufgeblasenen Online-Kurs. Das bedeutet, du sagst ja, du bekommst einfach in der ersten Woche die erste eineinhalb Stunden Vorlesung oder so freigeschalten und dann heißt es halt, okay, kannst dir anschauen, dann kannst du noch ein Quiz dazu machen, dann hast du meistens im Buch noch was zu lesen, also du hast auf der einen Seite quasi so die Videos, die die Vorlesungen ersetzen und auf der anderen Seite auch noch so extra Bücher, die du dir holen sollst, die du durcharbeiten kannst, dann gibt es auf jeden Fall auch noch manchmal so extra Fachartikel, also beispielsweise von Studien, die man sich anschauen kann, da ist, wie gesagt, alles dir sehr selbst überlassen. Es gibt ein paar Prüfungsvorleistungen, also es gibt immer am Ende von jedem Modul gibt es eine einzige Prüfung, die dann über die gesamte Note entscheidet und dafür, um zu dieser Prüfung zugelassen zu werden, muss man manchmal noch Prüfungsvorleistungen machen und diese natürlich vielleicht schon zwei, drei, vier, fünf Monate vor der eigentlichen Prüfung dann fällig. Das heißt, da bist du ein bisschen eingeschränkt, wann du sozusagen abgeben musst, aber ist ja natürlich auch logisch, weil wenn alles komplett frei wäre, würde natürlich organisatorisch da auch nichts mehr klappen. Und ja, das ist, denke ich, so das Wichtigste, was es dazu zu sagen gibt. Ja, dazu habe ich eigentlich alles gesagt. Wie gesagt, es wird wirklich Woche für Woche für Woche freigeschalten und das ist aber auch exakt vom Modul zu Modul unterschiedlich. Also es gibt Module, wo es nur Vorlesungen gibt, es gibt Module, die nur in Textform sind, es gibt Module, wo das Ganze gemixt ist, es gibt Module, die keins von beiden beinhalten und was ganz anderes haben, wie zum Beispiel irgendwie eine Partnerarbeit oder sonst irgendwas. Und ja, das ist so zum Ablauf eigentlich mega simpel. Es ist am Anfang ein bisschen schwierig reinzukommen, weil du hast einfach so ein riesiges, unübersichtliches Online-System, quasi so deinen virtuellen Studienplatz und du musst erst mal zurechtfinden, wo sind die Vorlesungen, wo sind die Texte, wo sind die Aufgaben, wo muss ich irgendwas eintragen, wo kann ich meine Kurse belegen, abwählen, wo melde ich mich zu den Prüfungen an. Das ist ein bisschen komisch, aber wenn man da mal sich zwei, drei Tage am Anfang des Studiums reingefuchst hat, dann geht das eigentlich auch vollkommen klar. Drittens, die Organisation. Und das ist so wichtig, muss ich mittlerweile schon aus teils eigener negativer Erfahrung sagen. Das Allerwichtigste, was du bei so einem Fernstudium machen kannst, ist dir von Anfang an klar zu werden, welche Prüfungsvorleistungen sind wann Pflicht in meinem Modul, wann muss ich mich zu meinen Prüfungen angemeldet haben. Ich meine, ich zum Beispiel, muss mich heute, ist mein allerletzter Tag, wo ich mich anmelden kann, muss ich auch gleich unbedingt noch machen, wirklich da Bescheid wissen, wann wird welches Modul freigeschalten, dass du einfach dir von vorne rein, weil in der normalen Uni kriegst du vielleicht gerade so zufällig mal, wenn du irgendwas verkackt hast von irgendeinem Kommilitonen mal noch mit, dass man da irgendwas abgeben musste und weißt so Bescheid. Aber in der Fernuni bist du halt 100% alleine. Das Lauteste, wie die dir was nachschreien können, ist per Mail. Und das kann ja bei, wenn du öfter Mails bekommst, so schnell untergehen oder im Spamort landen. Und das ist halt, deswegen unbedingt, die Organisation ist an der Fernuni das Aller, Aller, Allerwichtigste. Ja, deswegen setzt dir da unbedingt Reminder. Das ist mega, mega wichtig. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, geh es proaktiv an. Ich zum Beispiel konnte eine Prüfung nicht ablegen, weil ich eben die Prüfungsvorleistung 24 Stunden zu spät erst gesehen hatte, dass die anstand. Und das ist halt mega ehrlicherlich. Du lernst einfach schon, das halbe Semester lernst du dafür und dann heißt es auf einmal, du kannst es erst nächstes Jahr oder nächstes Semester machen. Mach keinen Spaß und ist eigentlich mit ein bisschen Weitsicht sehr schnell gelöst. Das heißt, da unbedingt drauf aufpassen. Viertens, Lerntipps. Das ist nämlich auch an der Fernuni nochmal ein bisschen was Besonderes. Und zwar ist es da einfach so, dass du gerade dadurch, dass du diese maximale Anzahl an Freiheiten hast, dir unbedingt eine sinnvolle Routine aufbauen musst, die für dich funktioniert. Das bedeutet, sag dir ganz klar, wann, wann bis wann lerne ich. Schreib dir die ganzen Module, die zur Verfügung stehen, die du in dem einen Semester machen möchtest, auf, wann, was musst du pro Woche, pro Modul machen. Einfach damit du das konstant abarbeitest und sich nicht alles aufsammelt. Ich merke zum Beispiel bei mir, gerade wenn es zum Beispiel sowas wie mit dem Abiturläden Bootcamp, da super viel ist und ich nicht zum Studieren komme, dann staut sich das alles auf und es ist auf einmal so viel. Deswegen, ich struggle damit aktuell sehr stark, weil ich einfach so viel hier mit dem ganzen YouTube-Kanal, alles was wir aufbauen und dem ganzen Coaching habe, dass ich einfach das Studium aktuell nicht unterbekomme. Und da muss ich halt echt schauen, mir wirklich, das will ich jetzt nach den Weihnachtsferien unbedingt wieder etablieren, wenn wir dann auch von den Bootcamps zurück sind, einfach zu sagen, hey, ich lerne ganz, ganz klar die ersten eineinhalb Stunden meines Tages, jeden Tages extrem fokussiert. Und ganz ehrlich, mehr braucht es in meinen Augen auch gar nicht. Wie gesagt, meine Ambitionen sind im Psychologiestudium nicht die 1.0, weil brauche ich nicht, ich will einfach nur irgendwie 2,4 schaffen, dass ich dann den Master weitermachen kann und mir einfach vor allem die Themenbereiche besonders anschauen, die für mich relevant sind und die mich interessieren. aber gerade das zeigt eigentlich auch eine wesentliche Sache und die gilt vor allem im Fernstudium und sicherlich auch in allen anderen Studiengängen oder auch anderen Universitäten fokussiere ich auf das Allerwesentlichste. Wo mir dieses Beispiel, das am krassesten gezeigt hat, war die Statistikklausur, die an der Fernuni Hagen hochgefürchtet ist. Jeder zweite fällt durch diese Klausur durch und das ist schon echt heftig. Und ich habe im Prinzip 85% meiner gesamten Vorbereitung innerhalb der letzten 48 Stunden vor dieser Klausur gemacht und habe sie trotzdem noch besser als der Durchschnitt bestanden und einfach nur dadurch, dass ich mich auf das Wesentliche konzentriert habe und das hat mich schon in der Oberstufe von vielen Unterschieden, dass ich einfach verstanden habe, worauf kommt es wirklich an und das gerade im Studium natürlich und ich glaube speziell nochmal in der Fernuni extrem wichtig, dass du das wirklich drauf hast und ganz entscheidend, finde einen Weg zur Problembehandlung. Also verstehe, weil das Problem ist, du kannst an einer Präsenzuni kannst du vielleicht auch mal irgendwie einen Mitbewohner oder sonst irgendjemanden fragen, wenn du was nicht verstanden hast. Das kannst du an der Fernuni theoretisch auch, aber es geht nur über so Foren und mir persönlich ist es ein bisschen zu dumm, kann auch manchmal Sinn machen, aber ich glaube es ist sehr wichtig, dass du eine Problembehandlung findest. Das bedeutet, dass du weißt, wie schaffe ich es alleine ein Problem für mich zu lösen. Also wenn du irgendwas wirklich nicht verstanden hast, wie google ich das richtig, kann ich auch per Mail Kontakt mit dem Professor aufnehmen, die haben mir das nochmal erklärt. All solche Dinge, das solltest du unbedingt für dich finden, weil ansonsten kann es halt echt mies sein, wenn du mal irgendwas gar nicht raffst. Und zu guter Letzt, fünftens, wem würde ich ein Fernstudium empfehlen? Ganz ehrlich, je selbstständiger du bist und desto unabhängiger und freier du auch vom Typ und vom Denken bist und von deiner Lebensgestaltung natürlich auch, weil ein Fernstudium dich natürlich einfach ortsunabhängig macht, was vielleicht bei anderen Studien oder bei anderen Universitäten eben nicht so der Fall ist, desto mehr würde ich es dir empfehlen. Und wenn du sagst, hey, ich brauche auf jeden Fall Menschen um mich rum, die mich irgendwie auch mal motivieren und mir ist auch groß mein Umfeld wichtig oder dass ich ständig von Menschen umgeben bin, dann würde ich dir eben vom Fernstudium eher abraten oder auch wenn du grundsätzlich eher mehr Struktur brauchst, dann würde ich auch mehr die Präsenz-Uni empfehlen. Ansonsten für mich persönlich, für jemanden, der einfach sehr eigenständig ist, sehr konzentriert auf seine Sachen ist, dafür ist Fernstudium in meinen Augen einfach perfekt. Und ja, ich kann es nur empfehlen, genau, wichtiger Punkt dazu halt noch, im Falle der Fernuni Hagen, muss man da Studiengebühren zahlen, ich glaube für drei Jahre 2400 Euro, was erstmal super viel klingt, aber runtergerechnet dann auch nur 80 Euro im Monat sind, also eigentlich vollkommen klar geht. Und ja, das nur vorneweg noch, weil das natürlich auch nochmal ein Unterschied zu einer Präsenz-Uni ist, weil ich glaube, dass da in den meisten Fällen das kostenlos ist zu studieren, zumindest wenn man zum ersten Mal studiert. das nur noch nebenbei. Und ja, ansonsten hoffe ich euch, dass dieser Einblick euch sehr stark gefallen hat. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob für euch ein Fernschirm überhaupt eine Frage kommt, ob ich dazu auch nochmal nochmal vielleicht ein Video machen soll, das würde mich sehr stark interessieren. und ansonsten denkt dran, ich glaube an dich, wir beide hören uns und ich muss echt aufpassen mit diesem Video, mit diesem Mikro. Im nächsten Video, dein Leo. Bis zum nächsten Mal.